Musik Wir hätten vor neun Minuten über Ziel sein müssen. Der Wind hat gedreht. Wo sind wir jetzt? Wo ist London? Weit hinten im Südwesten. Gut, dann bombenlos und nichts wie nach Hause. Was ist das? Hm? Hm? I will put in for that posting. Promise? Yes, they're bombs! They're bombing London! Cut it out! Too damn close. Colin, I promise. I promise. I promise. Angriff auf London sind strengstens verboten. Diesen Befehl kennen Sie genauso gut wie ich, Major Brand. Derartige Angriffe dürfen nur auf ausdrücklichen Befehl des Führers geflogen werden. Tut mir leid, meine Herren. Aber die ganze Angelegenheit ist jetzt völlig außerhalb meiner Kompetenz. Auf Befehl von Reichsmarschall Göring haben Sie sich beide umgehend zur Vernehmung in Berlin zu melden. Danke. Cover your band. Oberloch von Feudel, bitte folgen Sie mir. Halt meine Worte. Haben die denn hier noch nie was von Verdunklung gehört? Aber, Mo, du weißt doch, was Göring gesagt hat. Sollte jemals auch nur eine einzige Bombe auf Berlin fallen, dann heiße ich Meyer. Sie haben sich morgen früh Punkt 9 Uhr bei Oberst Schröder zu melden. Der Wagen wird Sie jetzt ins Quartier fahren, wo Sie bis morgen früh bleiben werden. OK. Geh! Heute heißen wir Meier.